Gründen Sie doch einen eigenen Verein und vereinnahmen Sie damit jede Menge Einnahmen. Es gibt praktisch kein Geschäft, das Sie nicht hinter der Fassade eines Vereins führen können. Legal versteht sich. Von A wie Antiquitäten, Fachverband für Antiquitäten e.V., bis Z wie Zylinderschleifer, Fachausbildung für den Werkzeugmachernachwuchs e.V., ist kaum etwas unmöglich. Und das Beste, mit den richtigen Vereinsstatuten können Sie gemeinnützig agieren und steuerfrei. Diese Gemeinnützigkeit bekommen Sie meistens schneller als die Steuerrückzahlung. Vorausgesetzt, die steuerlich subventionierten Tätigkeiten zielt darauf ab, die Allgemeinheit zu fördern. Dazu reicht schon ein repräsentativer Ausschnitt der Bevölkerung, etwa die Mitglieder eines Angelvereins. Sind alle Voraussetzungen erfüllt, muss der Verein keine Körperschafts- oder Gewerbesteuer entrichten. Für Immobilien, Guthaben und Einnahmen werden weder Grund- noch Vermögensteuer fällig. Ganz im Gegenteil, in Einzelfällen fließen sogar öffentliche Zuschüsse. Und besonders erfreulich, meist ist mit der Gemeinnützigkeit auch die steuerliche Begünstigung von Spenden verbunden. Sie glauben gar nicht, welche super günstigen Möglichkeiten Sie haben, mit einem Verein erfolgreich zu sein. All das erfahren Sie in meinem Ratgeber Profit e.V. Die erfolgreiche Vereinsgründung mit einem Verein. Nutzen Sie viele geniale Vereinsideen, die in Deutschland überhaupt noch nicht ausgeschöpft wurden. Nutzen Sie viele geniale Vereinsideen, die in Deutschland überhaupt noch nicht ausgeschöpft wurden.